Viele Menschen fragen sich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Und da kursieren eine Menge Irrtümer. Heute in diesem Beitrag lehren wir auf, was ist ein Mord, was ist ein Totschlag, wie unterscheiden sich diese beiden Straftatbestände im Strafgesetzbuch. Zunächst einmal wollen wir mit Vorurteilen aufräumen. Viele Menschen denken beispielsweise, Mord, Totschlag, wie unterscheidet sich das? Ja, der Totschlag, das ist so eine Tötung im Affekt, während der Mord von langer Hand geplant ist. Völliger Quatsch, stimmt überhaupt nicht. Ein Totschlag kann geplant sein und ein Mord kann in einer affektiven Situation begangen werden. Das ist also schon mal überhaupt nicht der Unterschied zwischen Mord und Totschlag, das ist Bullshit. Dann gibt es viele Menschen, die glauben, ein Totschlag, das ist so eine Art ungewollte Tötung, fahrlässig. Während der Mord ja eine Absichtstötung, eine vorsätzliche Tötung ist. Auch das ist Quatsch. Beide Tatbestände setzen nämlich die vorsätzliche Tötung eines Menschen voraus. Fahrlässige Tötung ist auch strafbar, die heißt dann aber auch so, fahrlässige Tötung und nicht Mord oder Totschlag. Was ist dann der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Fangen wir mit dem Totschlag an. Wenn man versteht, was der Totschlag ist, dann kann man auch den Mord besser verstehen. Totschlag, 212 Strafgesetzbuch, stellt die vorsätzliche Tötung eines anderen Menschen unter Strafe. 5 bis 15 Jahre gibt es dafür. Was bedeutet das? Wir brauchen einen anderen Menschen, der lebt noch. Und eine Tathandlung, zum Beispiel Schießen, Stechen, Würgen. Diese Tathandlung, die muss, so sagen wir Juristen, kausal sein für den Taterfolg. So sagt es der Jurist. Was ist der Taterfolg beim Totschlag? Der Tod eines anderen Menschen. Und das Ganze muss vom Vorsatz getragen sein. Ein Vorsatz meint, der Täter, der muss den Tod, in diesem Fall, billigend in Kauf nehmen und für möglich halten. Beispiel für einen Totschlag. Wir haben eine Auseinandersetzung, sagen wir in einem Vereinsheim. Der Täter steht so 20 Meter entfernt vom späteren Opfer, hat einen Baseballschläger in der Hand, ist vielleicht auch ein bisschen sauer aufgebracht und ruft, ich schlage dich jetzt tot, geht auf den späteren Toten zu und kündigt seine Tat mit dem Baseballschläger an. Und dann schlägt er tatsächlich mehrfach auf den später Toten ein, wuchtig auf den Kopf, will auch den Tod oder rechnet zumindest, dass das dadurch passieren kann. Und tatsächlich ist es so, nach mehreren Schlägen geht das Opfer zu Boden und stirbt dann kurze Zeit später. Das ist die vorsätzliche Tötung eines anderen Menschen und das nennen wir Juristen Totschlag. Was ist jetzt aber dann ein Mord? Ein Mord ist erstmal die vorsätzliche Tötung, ein Totschlag plus ein Mordmerkmal. Was gibt es für Mordmerkmale? Teilweise liegen die in der Motivlage des Täters. Wenn also beispielsweise zur Verdeckung einer anderen Straftat getötet wird, wenn man eine Betrugstat im Milieu oder eine Trunkenheitsfahrt verbergen will und Mitwisser tötet. Es gibt aber auch die Tötung zur Ermöglichung einer anderen Straftat, die Tötung aus Habgier, die Tötung zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. All das sind Mordmerkmale. Die beiden wichtigsten Mordmerkmale, die am häufigsten vorkommen, das ist zum einen die Heimtücke, objektives Mordmerkmal und die niedrigen Beweggründe. Also die vorsätzliche Tötung eines anderen Menschen aus niedrigen Beweggründen. Und das will ich euch ein bisschen näher erklären. Was bedeutet das? Heimtücke. Was bedeutet niedrige Beweggründe? Heimtückisch sagt die Rechtsprechung, tötet jemand, der die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst ausnutzt in feindlicher Willensrichtung. Das Opfer muss also bei der Tötung arglos sein. Das bedeutet so eine Art Überraschungsmoment. Das denkt gar nicht, dass es jetzt getötet wird. Wir erinnern uns an das Beispiel mit dem Baseballschläger. Da hat er das vorher angekündigt. Der weiß, da kommt jetzt einer und will mich töten. Das ist keine Überraschungssituation. Wenn ich aber beispielsweise jemanden im Schlaf töte, dann ist das regelmäßig eine heimtückische Tötung und damit ein Mord. Oder ich täusche ein Begrüßungsritual vor und sage, hey, schön, dass ich zu sehen und dann kommt das Messer direkt in die Brust. Auch das wäre eine klassische Version der Heimtücke. Die auf der Arglosigkeit beruhende Wehrlosigkeit bewusst ausnutzen, das macht in dem Fall der Heimtücke den Totschlag zum Mord. Was ist ein niedriger Beweggrund? Niedrig sind Beweggründe, sagt die Rechtsprechung, wenn sie sittlich auf tiefster Stufe stehen, geradezu verachtenswert sind. Naja, und das ist natürlich sehr unbestimmt. Jeder von euch wird darunter etwas anderes verstehen. Das heißt, die Rechtsprechung hat Fallgruppen gebildet, wann etwas besonders niedrig sein soll und wann nicht. Dabei muss man sich aber eins immer vor Augen halten. Jeder Mord setzt ja schon eine vorsätzliche Tötung voraus und das ist schon schwerwiegendes Unrecht. Und darüber muss das Ganze aufgrund der Motivlage hinausgehen bei den niedrigen Beweggründen. Klassischer Fall für einen Mord aus niedrigen Beweggründen ist beispielsweise ein rassistisches Motiv. Wenn also der Täter einen anderen Menschen tötet, weil dieser aus seiner Sicht einer falschen Ethnie angehört oder beispielsweise einer Religion nachgeht, die er nicht akzeptiert, das sind regelmäßig Tötungen aus niedrigen Beweggründen und damit handelt es sich um einen Mord. Mord, anders als beim Totschlag, dann nicht 5 bis 15 Jahre, sondern nach unserem Gesetz absolute Strafandrohung, lebenslange Freiheitsstrafe. Was das bedeutet, lebenslange Freiheitsstrafe und wie überhaupt Strafen funktionieren, das klären wir in einem anderen Beitrag. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich natürlich auch auf eure Kommentare und Fragen. Gerne könnt ihr uns abonnieren. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.